Die Sage von den Deggendorfer Knödel Es wird berichtet, dass im Jahr 1432 aus Böhmen wilde Kriegstruppen, die man Husiten nannte, in Bayern eindrangen und plünderten. Als die Husiten seinerzeit den Bayerischen Wald durchzogen, kamen sie auch nach Deggendorf und belagerten es. Die Stadt war von großen Mauern umgeben, in die auch die Bewohner der umliegenden Bauernhöfe flüchteten. Die mutigen Bürger Deggendorfs stürmten gleich auf die Mauern und verteidigten ihre Stadt energisch gegen die anstürmenden Angreifer. Tag und Nacht hielten sie auf den Mauern aus. Ja, wenn die Feinde eine Pause im Kampfe machten, dann aßen und schliefen sie sogar auf den Wellen. So ging es einige Wochen und die Belagerer wollten so lange warten, bis der Hunger in Deggendorf ein Übriges täte. Eines Mittags richteten die Deggendorfer wieder zum Kochen an. Sie hatten kaum mehr etwas zu essen. Aus den Resten der Speisen, die noch übrig waren, sollte es Knödel mit Sauerkraut geben. Da der Hunger der Belagerten groß war, durften die Knödel auch nicht zu klein ausfallen. Gerade als eine Köchin die ansehnlichen Rundlinge formte, schlich sich ein Hussit mit einer Leiter heran. Er stieg sie und schaute neugierig über die Mauer. Plötzlich flog ihm ein riesen Knödel mitten ins Gesicht. Erschrocken sprang er von der Leiter und eilte in das Lager der Hussitin zurück. Dort erzählte er, dass die Deggendorfer noch eine Unmenge Lebensmittel hätten, ja gar so viel, dass sie diese sogar als Wurfgeschosse verwenden könnten. Darauf brachen die Hussitin ihr Lager ab und zogen von dannen. Zur Erinnerung daran hat man zwei große Knödel aus Steinmeißeln und am Deggendorfer Rathaus aufhängen lassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017